In meinem heutigen Beitrag geht es um Migräne und das sind richtig fiese Kopfschmerzen und Betroffene wissen oftmals gar nicht wohin, laufen von Arzt zu Arzt und hören immer wieder die gleichen Dinge. Hormonelle Schwankungen, entspannen sie sich besser oder nehmen sie diese Medikamente. Und diese Medikamente, die können manchmal richtig hart sein, das heißt, wenn sie dann beim Symptom helfen, haben sie allerlei Nebenwirkungen und dann hat man es nicht nur im Kopf, dann hat man es auch noch im Magen oder in der Leber. Das kann also einen ganzen Kreislauf auslösen. In diesem Beitrag möchte ich darüber reden, was neben den bekannten Triggerpunkten oder Auslösen die eigentliche Ursache dahinter sein kann. Und die eigentliche Ursache, da besteht eine Möglichkeit, dass ein Ungleichgewicht zwischen der weiblichen und der männlichen Energie ist. Und ich möchte Ihnen diesen Beitrag näher bringen, dass es sein kann, dass die weibliche Energie, das Yin, völlig abgeschnitten ist und keine Chance hat und dass Sie da mal näher hinschauen können, um eventuell das Ganze in den Gleichklang zu bekommen. Und wenn Sie das jetzt spannend finden, dann bleiben Sie unbedingt dabei und abonnieren Sie gerne diesen Channel, wenn es Sie interessiert, welche emotionalen Ursachen hinter verschiedenen Körpersignalen stecken können. Hallo und herzlich willkommen hier bei Selfmade Dog. Mein Name ist Carmen Maria Poller, ich bin Coach und Buchautorin und frei nach dem Motto selbstbewusst gleich kerngesund begleite ich Menschen dabei, ein bewusstes Leben zu führen und vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen für das eigene Wohlbefinden. Ja, Migräne. Migräne ist mehr als Kopfschmerz. Und zu Kopfschmerzen habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Sie finden es hier. Und wenn wir über Migräne sprechen, dann handelt es sich um pulsierende, hämmernde, meist einseitige Kopfschmerzen. Die können am Auge sein, an der Schläfe, Stirn, vom Nacken her ziehen. Und oftmals sind auch andere Begleitsymptome dabei, wie Übelkeit und Erbrechen, ein Lärm und eine Empfindlichkeit gegen Licht und gegen Düfte. Und man ist einfach richtig in Mitleidenschaft gezogen und man kann richtig krank sein. Das können Attacken sein, die sogar mehrere Tage gehen. Und ich möchte direkt einmal ganz herkömmlich schauen, was hat es mit der Yin-Energie zu tun? Wie verhalten wir uns denn bei den üblichen uns bekannten Auslösern, bevor ich zu der eigentlichen Ursache gleich später komme? Wir verhalten uns so, dass wir sagen, okay, fünf Tipps sind in der Regel da gerne gegeben. Erstens, Kühlung. Ein kalter Waschlappen oder ein Gelkissen, irgendwo auf die Stirn, auf die Schläfe. Eine Kühlung tut gut. Und Kühlung ist weibliche Energie. Rückzug in ein abgedunkeltes Zimmer tut gut. Zweiter Tipp. Was ist dieser Rückzug? Was ist die Dunkelheit? Das ist die weibliche Energie. Drittens, Ruhe, Schlaf, keine Bewegung. Das tut gut. Weibliche Energie. Ich habe es in anderen Videos schon mal erklärt. Jetzt der Einfachheit halber mal. Schnell, hell, laut, das ist Yang, das ist männlich. Und leise, dunkel, kalt, das ist Yin, das ist weiblich. Ja, und dann geht das natürlich weiter, dass wir auch Wasser trinken können als weiteren Tipp. Das wäre so der vierte. Um die Sache ins Fließen zu bekommen. Das ist auch weibliche Energie. Im Übrigen können Sie da mal nachrecherchieren. Oftmals wird gesagt, dass die Vitalstoffe Magnesium und Vitamin B2 zusätzlich da auch noch gut tun können. Naja, und der fünfte Tipp wäre der Schutz vor Außenreizen. Denn das ist uns ja anscheinend zu viel. Zu viel Licht. Zu lauter Lärm. Zu viele Menschen. Alles zu viel. Die Reize sind zu viel. Und dieser Schutz davor, sich mehr auf das Innere, vom Außen weg auf das Innere, ist auch wieder Yin-Energie. Denn das Männliche, die Yang-Energie, nach außen, die Yin-Energie, nach innen gerichtet. So, und das sind jetzt die herkömmlichen Triggerpunkte, die so oft genannt werden. Und jetzt schaue ich noch mal dahin. Die männliche Energie, das Yang, hat ja sehr viele positive Ansätze und Eigenschaften, besser gesagt. Das bedeutet alles, der Antrieb, die Aktivität, das Tun mit Begeisterung, mit Durchsetzungsvermögen, dranbleiben und alles diese Dinge. Das ist männliche Energie in der positiven Form. Und wenn diese männliche Energie allerdings nicht in der positiven Form gelebt wird, sondern sie entwickelt sich in eine andere, uns belastende Form, dann kann es sein, dass unser Tun zu sehr nach außen gerichtet ist. Dass wir sozusagen zu hart zu uns selbst sind, zu streng mit uns selbst. Uns selbst in einem Panzer halten, unseren Kopf in einem Schraubstock halten. Vieles einfach über Ratio machen, über die Sinneswahrnehmung. Die Augen werden auch der männlichen Energie zugeordnet. Kein Wunder, dass man bei Migräneattacken auch häufig Sehstörungen hat. Das heißt, das ist eine Überlastung des Systems und des Systems der männlichen Energie in eine falsche Richtung. Daher ist es auch so wichtig, da die weibliche Energie zu stärken und da näher hinzuschauen. Weil es irgendwo auf einem falschen Weg ist. Und da bin ich jetzt bei dem Thema, worauf ich hinaus will. Wenn wir von Migräne betroffen sind, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir von unserer weiblichen Energie, von der Yin-Quelle abgeschnitten sind. Das bedeutet, der weibliche Teil in uns, das ist im Übrigen der Teil der Gefühle und der Intuition, des puren Seins. Während die männliche Energie der Aktivität und des Tun und der Absicht ist. Und wenn wir abgeschnitten sind von dieser Seite, dann kann das auch darauf hindeuten, dass wir natürlich einmal in unserer, schon von Kindheitsbeinen an, sozusagen mehr männliche Energie erfahren haben. Vielleicht da, wo wir, wir lernen von der Mutter meistens die weibliche Energie mehr als vom Vater. Und da kann es natürlich schon sein, dass auch die Mutter mehr in der männlichen Energie war und dass das natürlich dementsprechend Auswirkungen hatte. Wir sind sozusagen auch von dieser mütterlichen Seite dann so ein wenig abgeschnitten. Und können da nicht unserer Intuition vertrauen und unserem Selbstwertgefühl. Was passiert in diesem Fall, wenn wir der Abgeschnittene sind, ist, dass wir eine Dominanz und eine Autorität im Außen suchen und sehen. Das bedeutet, was vielleicht am Anfang eine Person war, wie der Vater, ist hinterher der Partner oder die Partnerin oder der Arbeitgeber. Das heißt, wir versuchen, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Wir versuchen, anderen zu gefallen. Wir fair und beurteilen uns ständig selbst, sind nicht gut genug. Das hat also viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Und auch mit dem Selbstvertrauen in uns selbst, in unsere eigenen Fähigkeiten, dass wir gut sind, so wie wir sind und das, was wir machen. Und so sind wir unter ständiger Anspannung, unter ständigem Druck, die Dinge richtig zu tun, weil wir uns nicht autonom selbst leben, unser wahres Ich in aller Echtheit nach außen bringen, sondern eben die Dominanz, die Autorität im Außen in anderer Form setzen. Da lohnt es sich natürlich mal, genauestens zu untersuchen, mache ich das gerade irgendwo in meinem Feld. Und jetzt meine fünf Anregungen, wie Sie Ihre Yin-Energie wieder abrufen können oder stärken können. Doch bevor Sie das machen, ist es ganz, ganz wichtig, tatsächlich auch näher hinzuschauen. Gibt es jetzt in Ihrem Umfeld etwas, was Sie so in Gefangenschaft hält, was Sie so steif hält, dass Sie Ihren Panzer tragen, dass Sie sich selbst ersticken und abwürgen, weil Sie in einer toxischen Partnerschaft gefangen sind? Oder an einem Arbeitsplatz, wo Ihr Kopf explodiert, weil Sie da ständig irgendwo grübeln und nachdenken. Das bedeutet, das ist wichtig erstmal zu erkennen, weil da ist es natürlich auch wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt meine fünf Anregungen für ein starkes Yin. Yin-Energie hat immer etwas mit Loslassen zu tun. Ah, das ist so ein großes Wort. Loslassen bedeutet nicht nur, dass ich Menschen loslasse, die mir nicht gut tun, sondern dass ich auch Gefühlsmuster loslasse, die mir nicht gut tun. Wenn ich noch mit der Vergangenheit hadere, weil ich jemandem nicht vergeben konnte, weil ich mich nicht ausgesöhnt habe, dann ist das für mich selbst nicht gut. Und da ist es wichtig, sich auszusöhnen und dann die Sache loszulassen. Da möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen, was viele Klienten gelesen haben und gesagt haben, es ist gut, ich vergebe von Colin Tipping. Der radikale Abschied vom Opferdasein ist der genaue Titel. Und schauen Sie da mal rein, das hilft. Weil das sind Dinge, die im Coaching-Prozess länger behandelt werden. Und wenn Sie sagen, Mensch, da habe ich noch was, wo ich hadere, dann ist Loslassen die erste Anregung, die ich Ihnen geben möchte, um die Yin-Energie zu stärken. Die zweite Anregung, alles, wo das Wort Lassen irgendwo mit drin ist, hat mit der weiblichen Energie zu tun, geschehen lassen. Geschehen lassen bedeutet, dass Sie erkennen, es gibt Situationen, die kann ich nicht ändern. Die kann ich einfach nicht ändern, die sind, wie sie sind. Dass Sie sich auch sagen, es ist, wie es ist und Sie nehmen es an. Lassen Sie die Dinge geschehen. Und ein dritter Tipp, sich gehen lassen oder sich fallen lassen. Wahrscheinlich ist es so, wenn Sie unter Migräne leiden, dann leiden Sie auch häufig darunter, eben zu gefallen, die Dinge perfekt machen zu wollen. Und lassen Sie es doch einfach mal sein. Da kommt die Familie zum Kaffeetrinken zu besuchen. Lassen Sie es mal sein, alles so möglichst perfekt vorzubereiten oder perfekt aussehen zu wollen oder irgendwo in der Disziplin, in Ihren täglichen Gewohnheiten und Disziplinen zu verharren. Lassen Sie es mal sein. Verabschieden Sie sich mal von Plänen oder von To-Do-Listen. Das ist nämlich alles viel männliche Energie. Das war mein dritter Tipp. Mein vierter Tipp. Wichtig bei der Yin-Energie, Zerstärkung. Nach innen gehen und nicht nach außen. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie nach innen gehen, am besten sich Ruhe verschaffen. Gehen Sie in die Natur, verschaffen Sie sich Ruhe, setzen Sie sich auf eine Bank, seien Sie da ganz beschaulich und seien Sie nur mit sich. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, um die Yin-Energie zu stärken. Und mein letzter Tipp. Beschäftigen Sie sich mehr mit Kindern und mit Tieren. Wie meine ich das? Die Yin-Energie, das Weibliche, ist sozusagen wie die Ursprungsenergie. Sie ist das pure Sein. Das bedeutet, da ist noch kein direktes Bewusstsein da, ein aktives, bewusstes, geplantes, absichtsvolles Handeln oder ein Tun, sondern es ist einfach ein Sein. Und wir kennen das von den Kindern, wenn die irgendwo, kleine Kinder, wenn die was machen, dann, die haben einfach so viel Yin. Die machen was, die bauen was, die buddeln was. Die machen das, weil sie ein Erlebnis haben. Da wird nicht viel drüber nachgedacht. Da ist kein Ratio. Da ist noch nicht das Ergebnis so da. Hinterher, wenn Erziehung einsetzt. Erziehung bei den Eltern, gesellschaftliche Erziehung, Schule und, und, und. Dann entwickelt sich das Yang die männliche Energie. Und bei den Tieren ist es einfach auch so, Tiere haben keine Absicht und von daher ist es sehr heilsam, sich mit Tieren zu beschäftigen. Wenn Sie auf der Bank sitzen, beobachten Sie einfach nur eine Ente oder ein Eichhörnchen. Gehen Sie mal in einen Streichelzoo und streicheln mal ein Tier. Das sind auch wertvolle Dinge, wo Sie auch noch mal in Ihrer Ursprünglichkeit und in der Yin-Energie gestärkt werden können. Ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gerne dabei und abonnieren Sie gerne diesen Channel. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal, bleiben Sie schön im Gleichgewicht. Ihre Carmen Maria Poller Ja, ich sage bis zum nächsten Mal, bleiben Sie schön im Gleichgewicht.